Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WoW BFA PvP. Heute mit dem DHDD. Und sind wir in Unterzahl oder kann ich gerade nur überhaupt nicht zählen? Ne, wir sind einer weniger. Eben sogar noch zwei, aber zum Glück kam Monks noch in die Gruppe gejoint. Naja, hoffen wir mal das Beste. Die Runden aktuell, Ende von 8.3 sind ja bestenfalls abenteuerlich. Wer hat mehr Verderbnis, wer hat mehr klaffende Wunden? Der gewinnt ja auch zumindest, wenn er auch gut damit klarkommt und nicht nur den negativen Effekten erliegt. Mal schauen, ob wir als Demon Hunter mit Eyebeams und Co. so ein bisschen das Ganze aushebeln können. Oder ob wir einfach nur in unseren Untergang reiten. Die haben zwei Heiler, wir auch, aber das muss ja nicht viel heißen. Allerdings haben wir auch den Puschelfuchs. Das wiederum könnte alles bedeuten. Schauen wir mal, ob das so geil wird. Der goldene Krieger mit zwei goldenen Echsen reitet auch voraus. Ich hoffe, die sind nicht so programmiert wie damals das Märchen mit der goldenen Gans. Sonst kann er die nämlich niemals loslassen, Freunde. Und dann gibt es hier ein paar blutige Familienfeiern und Umarmungen. Beide Heiler hier bei den Wasserwerken maximal reutig. Springen wir gleich noch mit dem Metastan hinterher. Der Kollege Krieger ist ja auch dabei, wollte ich gerade sagen. Uwe-Style. Und hatte erstmal die Harz-CDs reingepfeffert. Darum habe ich mich jetzt erstmal aufs C10 konzentriert. Aber mein lieber Herr, ich weiß gar nicht, was für ein Verein. Wie haben wir den denn gerade zerrissen? Und ich war ja wirklich nur die CC-Maschine in dem Fall mit Chaos, Nova und Co. Der Mage, der kann eigentlich auch gar nicht so schnell gerettet werden. Was geht denn hier? Also scheißegal, wie das BG noch läuft, falls sie sich gleich sammeln, umorientieren. Vielleicht auch sexuell, wer weiß das schon. Junge, das ist ja geisteskrank. Wir klauen mal noch das Heal-Token. Nicht, dass der Healer denkt, der kann sich healen, Leute. Soweit kommt es noch. Und dann gehen wir hier gleich wieder schön rein. Chaos, Nova auch hinterher. Und dann hoffen wir das Beste, schneiden jetzt durch die Hand des Schutzes und beschäftigen den Kollegen auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Oh, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Come on, Auge der Verderbnis. Boah, Pally ist halt auch so insane strong, Alter. Aber kann er den nächsten Eyebeam auch aushalten? Come on. Wow, das war natürlich leider, liebe DHs, schön wär's. Das war leider nicht nur der Eyebeam, aber da hatten wir auf jeden Fall einen Anteil gerade an dieser Zerberstung. Wow, was habt ihr für ein GS 473, Alter, unser Krieger 464, 461. Ja, das zieht natürlich, ne? Das zieht natürlich rein. Leute, das war ja ein herrliches Schlachtfest, oder? Also die Gegner haben echt gut gespielt. Ich meine, von dem ersten haben wir nicht viel gesehen. Denn da lag ruckzuck der Kopf neben den Schuhen. Aber der Pally auch wieder rausgerotzt, hat zornige Vergeltung und Abfahrt, Junge. Das war schon nicht von schlechten Eltern. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wie wir uns verteilen. Unser Monk wartet da auch zum Reagieren ab. Das ist eigentlich nur einer. Der will sich vielleicht auch nur ein bisschen abreagieren. Und da müssen wir jetzt auf der Hut sein, Freunde. Auf der Hut oder auf der Pirsch gleichermaßen. Früher war das einfacher, ne? Da war das auf der Mauer, auf der Lauer. Heute sind das ein paar Sachen mehr mit Zwielichtverderbnis, Lasern, Widerhallender Leere und Co. Holla, belastende Nummer, Freunde. Aber bisher ist doch ganz lecker. Was ist mit dem Krieger da? Ist der hinterm Haus und hier ist der Heiler ganz random? Freunde, was macht ihr denn hier? Hört mal. Das ist ja, das ist auch nicht normal, oder? Der wirbelt hier schön rum. Der hat auch den Lichtschimmer drauf. Das ist ein starker Arzuri-Trait von unseren Paladin. Da wird dann der nächste Lichtschock, Heiliger Schock meine ich natürlich, der wird dann so ein bisschen auf diese Ziele auch übertragen. Ja, haben wir gesehen auch bei den Visions-Runs ganz stark von unseren Heilig-Paladinen, die dann was eingeschickt haben, diesen Lichtschimmer auf die Ziele setzen und dann mit einem Heiligen Schock, der eigentlich nur im Single-Target funktioniert, wurde das dann so ein bisschen gespreadet, ja, auf AOE-Basis. Das war schon ziemlich, ziemlich lässig und kann natürlich im PvP auch mega ätzend sein und leider haben wir uns jetzt zu lang ablenken lassen, aber ich sag mal so, unser Krieger ist wieder dran. Wir werden jetzt zwar ein bisschen aufgehalten, der Mage erscheint AFK zu sein und dann versuchen wir das doch gleich nochmal so durchzuziehen. Ob das jetzt funktioniert, sei mal dahingestellt, aber wir probieren es natürlich und bleiben erstmal an dem Dudu-Heal-Kollegen dran. Können ja hier noch so ein paar Hots runternehmen mit unserer Blutelfen-Fähigkeit und wenn wir ganz viel Glück haben, ja, dann reicht das ja auch schon, wollte ich sagen, wenn wir den hier draußen so ein bisschen rumziehen, Eyebeam auf Max-Range, gleich wieder hinterher, Todesfeger noch ran und dann gibt es ja hier auch immer ein bisschen AOE über unsere Schellen, aber das ärgert mich gerade, dass sie echt die Base nochmal bekommen haben. Das finde ich sehr, sehr schade und mit unserem 10-Sekunden-Cooldown mal so ein Hot runternehmen, können wir hier natürlich auch gerade keinen Preis gewinnen. Jetzt ist der Pally auch noch mit dran, aber er ist umgefallen. Was war denn das gerade für ein Hit, Alter? War das jetzt mal unsere klaffenden Wunden oder was war da los? Ah, gucke, jetzt wollte ich auf den Hunter wechseln. Der dachte mir, komm, Galoppa, Galoppa, jetzt zimmern wir mal den guten Herrn Jäger aus dem Leben, aber der dachte sich auch direkt, nee, komm, Streuschuss und halt die Phrase. Junge, unser Schorke, wie der da gerade rasiert. Das ist ja unglaublich. Habt ihr den Schaden gesehen? Also da war ja Bubble jetzt aber auch wirklich sowas von nötig. Hier schnell den Schorken, jawohl. Sehr schön, wenn wir als Diemen da reingehen, ein bisschen durchtabben, dann noch ein Dev-CD mit rein, ein bisschen ausweichen, dann wieder Target wechseln. Oh, das sind aber auch ganz schön viele Blutungen. Hier, hör mal, Junge, nee, das können wir auch nicht schaffen, Alter, ist ja viel zu viel. Oh mein Gott, was war da denn los? Alter, war ich gerade die letzte Toilette und die hatten alle Durchfall oder was und mussten dann ruckzuck mal gucken, dass sie irgendwie zu Potte kommen, im wahrsten Sinne. Freunde, das war unangenehm. Wir haben auch eine kleinere Gruppe, die jetzt auf dem Weg ist zum Leuchtturm. Problem ist, Wasserwerke sind so gut wie alle zerfetzt, ne? Das heißt, auch da könnten die jetzt schon abdrehen. Allerdings waren bei den Wasserwerken ja beide Heiler. Und sollte jetzt die Dreiergruppe, die drei lustigen fünf, bei Leuchtturm exakt so eskalieren, wie ich mir das gerade vorstelle, kann das ganz geil werden. Wenn ich das Leben von dem Kollegen sehe, dann vermutlich eher doch nicht. Schade, schade, wir können das noch machen. Es ist auf jeden Fall noch nicht alles verloren, aber vieles, liebe Leute. Vieles auf jeden Fall. Gibt es da auch diesen herrlichen Joke mit dem Taxifahrer, wo einer einsteigt und dann stellt sich der Taxifahrer vor und sagt dann auch, ja, guten Tag, mein Name ist Schlimmes. Da sagt der, der Fahrgast sagt dann auch, Schlimmes, das ist aber ein komischer Name. Und dann sagt er, wieso komisch? Wird es schon in der Bibel erwähnt, ne? Da heißt es ja, Schlimmes wird euch wieder fahren. Also, das sind ja auch so die Geschichten vorne, wo man immer gucken muss, wie heißen die Mitspieler, was kann man davon ableiten und interpretiert man es vielleicht völlig, völlig falsch. Boah, der Schaden in unser Maul, komm schon, den wollen wir noch mitnehmen. Oh, Junge, hier komm ich niemals raus. Oh mein Gott, das können wir komplett vergessen. Hab, glaube ich, nicht mal Food dabei. Also, ich hab nur die Option, heldenhaft zu sterben, Leute. Mehr ist nicht drin. Oder jetzt heldenhaft die Base einzunehmen. Let's go. Ihr CC-t den Schorken durch, Leute, und ich mach das. Fuck. Da kommen sie sofort aus ihren Löchern und stun uns im Eilbeam. Ah, freu dich, wenn der durchgegangen wäre. Ja, ne, das wäre nochmal, glaube ich, eine leckere Geschichte gewesen. Aber jetzt der Schorke mit dem Lichtschimmer von Peli. Ne, das ist zu krass. Freunde, es funktioniert gerade nichts. Es funktioniert gerade nichts und das ärgert mich. Zum einen, der Sturmangriff auf den Leuchtturm war leider zeitlich so versetzt, dass wir weder bei Wasserwerke alle aufhalten konnten, noch genug Druck machen konnten, dass die da ein paar weniger haben. Das war echt so, Wasserwerke fallen alle um. Dann kam der Leuchtturm-Ink, da sind alle umgefallen und dann kamen wir wieder zu den Wasserwerken. Also das war von vorne bis hinten total bescheuert. Ey, lieber, lieber Herr Magier mit Xavius-Kostüm und fucking Zulgurub-Tiger. Könntest du bitte komplett eskalieren und einfach alles mit Blizzard one-shotten oder so? Ich weiß nicht, was der Plan ist. Ich weiß es nicht. Wollen wir jetzt auch nochmal zum Leuchtturm gehen, weil unten eskalieren sie ja, aber da werden wir auch schon wieder zurückgedrängt. Schade. Ey, ich hätte vorhin nicht sagen sollen, egal wie es BG wird. Ich hätte sagen sollen, darauf müssen wir jetzt aufbauen, Freunde. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber so ist es. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen, liebe Leute. Das ist so, das bleibt so, das wird auch höchstwahrscheinlich immer so bleiben. Nein, ich habe ihn doch gesehen. Ach, den Stinker. Was war denn das jetzt? Kopfnuss hat 70 Trillarden Kilometer Range. Oder was wollte er mir mit der Aktion gerade sagen? Sofort DevCDs rein. Der verpisst sich doch auch gleich nochmal. Da kommt doch garantiert noch ein Mante der Schatten und so ein Geschiss. Ja, aber dann passt auf, fightet ihr da. Und der Dudu hier. Natürlich hat er alle Hände frei, Leute. Und wenn wir den Heiler nicht zerfetzen, dann heilt er euren Schorken noch tausendmal gegen. Und dann kommt die Verstärkung, weil wir so lange brauchen, wie so Fokus sind. Keiner den Heiler mit um. Leute, jetzt bin ich ein sehr trauriges Panda-Bärchen. Guckt euch das an hier noch mit dem, ja komm, noch mehr Schorken. Habt da vielleicht noch einen, Freunde, der irgendwie mit auf mich einschlagen kann. Ah, was für ein Unterschied, oder? Wie standen wir irgendwie 4-0, jetzt stehen wir 5-3 oder so ein Geschisse. Wo ist denn überhaupt hier das PvP-Auge? Boah, wie sich das gedreht hat, na? Und ich kann euch nicht mal sagen, warum. Also ihre Schorken sind heftig. Ihre Schorken sind wirklich heftig. Die heißen auch so, als wären die öfter mal mit 30 Monster Energy Intus und mit dem Kopf gut gelaunt und mir die Tastatur gerollt, weißt du. Haben sich gedacht, nach 3 Tagen war es so weich. Die Taste weh, die ist so weich und die ist so gut zu mir. Die warme Umarmung der Tastatur. Diese traurigen Geschichten, wisst du. Und irgendwie reißt es das nicht raus. Und was der Kollege macht, weiß ich auch nicht so wirklich. Ich meine, er hat da Spaß mit sich selber. Das ist auch super, aber kann ja nicht Spaß mit uns haben, Leute. War schon mal das rote Licht an. Ah, das ärgert mich. Ich kenne da so die BGs, die euch richtig ärgern. Ja, das ist auf jeden Fall eins davon für mich gerade auch. Unser Krieger ist so hammerhart vorhin unser Engage. Wir beide rein, Heiler zerrissen, Junge. Rums und das war klasse. Und jetzt irgendwie, es fühlt sich an wie schwach angefangen und stark nachgelassen. Dabei war es gar nicht schwach. Ich will da auch wieder nicht rein. Der Krieger hat auch keinen Bock. Der weiß auch mit seinem geilen PvP-Mount, wir werden nur von den Schorken wieder zerfickt werden. Es ist jetzt, fängt es hier schon an sogar, Junge. Wo ist der Verbrecher? Da, ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn doch, den miesen Hohn. Du kriegst einen Glävenwurf, mein Freund. Legt er uns hier noch so eine leeren Lache hin. Glaub, es geht los. Und der hat doch in der Zeit jetzt auch schon wieder alle Dev-CDs ready. Aber, aber, aber. Komm, Ibeam noch rüber. Komm schon, komm schon, komm. Junge. Ja, und sofort der Dudu hier. Scheißegal. Das war gut. Das war gut. Wenn wir darauf jetzt aufbauen können, Leute. Und so richtig schnell sind. Oh mein Gott. Was, was, was war, Freunde. Warum, war, warum ging denn das jetzt? Wieso hat das jetzt so super funktioniert? Das hätten wir ein paar Minuten, letztes Mal. Letzte Runde hätten wir das so gebraucht. Da war irgendwie ein Schorken mehr. Und vor allem war unser Fokus auch irgendwie mehr auf dem Schorken, ne. Als jetzt auf dem Heilerkollegen. Boah, ja. Und jetzt müssen wir eigentlich Wasserwerke nochmal draufzimmern. Ich meine, ich glaube, diesen Vorsprung kriegen wir mit zwei Basen auch nicht aufgeholt. Aber das macht mich jetzt eigentlich noch trauriger. Weil wir haben gesehen, es geht, ne. Das Potenzial ist da. Wir können das reißen, wenn wir wollen. Und das, das ärgert mich dann immer nochmal mehr. Jetzt die Mine dafür weg, ey. Ich kotze im Strahl, ne. Und hier ist der Pelli. Vielleicht sieht er uns ja einfach nicht. Guck mal, hier ist gar keiner aller. Hier nimmt auch keiner die Basis ein. Ja, komm. Weißt du, da hast du überall Augen. Oder wie soll ich das verstehen? Wenn der jetzt aber keine Bubble hat, wir es dann nochmal rein. Komm, 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 Leute. Let's go. Es geht doch. Es war, ey. Und wir sind nur drei, ne. Beim letzten Mal waren wir 50 oder so. Mindestens. Bestimmt noch zwei mehr, wisst du? Junge, und jetzt hier wieder das Massaker, wenn ich den DH schon sehe. Der DH, der ja irgendwie die Abyss-Trades auch wieder auf dem Waffen hat, die nur von Raden auch standardmäßig droppen im Raid. Ja, verwandle mich nochmal. Komm, was kostet die Welt, kleiner Kackmagier, oder? Guck mal, wie er rumflitzt, Alter. Und muss noch seine Freunde holen, die großen Brüder, die mich jetzt zermalmen. Ach, Freunde. Ne, kann mal wer ansagen, ihr Deppen. Weil, was ist das auch wieder für eine Aussage, ne? Warum sagt er denn nicht selber an? Er ist doch in dem Moment Teil des Problems, oder? Ich meine, er hat schon recht, ja. Wäre schon ganz geil gewesen, wenn jetzt jemand bei der Mine gesagt hätte, Leute, wir bräuchten da mal Hilfe. Dann wäre das deutlich leichter gewesen, das noch zu drehen. Und jetzt, guck mal, jetzt haben die echt die Base eingenommen. Wir konnten gar nicht zurücktippen und müssen jetzt nochmal die volle, was ist das, Minute, glaube ich, warten, bis wir es wieder eingenommen haben. Und dieses Hin und Her, das überlebt natürlich keiner. Da hat keiner Bock drauf, ne? Wir stunnen nochmal schön rein, Eyebeam rüber. Nein, was war, warum? Warum, Alter, der Eyebeam hätte ihn doch jetzt getötet. War das ihr Kackheiler, oder was war das jetzt für eine seltsame Aktion? Also, die war ja wirklich nur seltsam. Freunde, habt ihr das gerade mitbekommen? Warum sollte man den denn wegstoßen, wenn ich ihn doch gerade stunde? Leute, das ist so eine Geschichte wie von Stannis Baratheon, ne? Dem ging das damals ähnlich, aber... Naja, wir haben ein bisschen was vom DH gesehen. Wir haben gesehen, wie geil man reinfetzen kann, wie geil man auch supporten kann. Ja, wie geil man wirklich mit Chaos Nova und dann, bam, noch den Jump von der Meta hinterher. Permanent Aoe war auch so geil. So viele Low um uns rum und dann von meinem Schmuck diese Sporenexplosion. Eigentlich ein Tank-Schmuckstück, verraten wir keinem. Und dann Eyebeam und Klingentanz. Todesweger, Feuerbrand, Aura, Junge. Du bist der Aoe. Und ich ärgere mich, dass wir das verloren haben, weil ich finde, wir hatten das wirklich geil im Griff. Guckt mal, allein jetzt der Heiler hier erst mal mehrere Sekunden so ein bisschen handlungsunfähig gehalten. Jetzt hier auch eine Verteilung, wo ich echt sage, ey, das könnten wir eigentlich gewinnen, ne? Das könnten wir drehen. Guckt mal, wie der hier auch gerade ins Maul bekommt von mir und seiner Verderbnis, ne? Wenn wir da ein bisschen switchen und jetzt sagen würden, okay, wir gehen jetzt lieber auf den Heel zusammen, statt auf den fucking Schurken, der gleich mit Mantel der Schatten wieder abhaut, das hätte geil werden können. Das finde ich schade, ne? Dann lieber so eine Runde, wo man echt komplett 0 zu 1500 binnen 3 Minuten auf den Kopf bekommt, weiße Sack zu. Und man denkt sich, ja, war scheiße. Die waren halt besser gegiert. Bei uns waren alle AFK oder am Feppen oder halt nicht AFK und am Feppen. Ja, kann auch problematisch werden. Und das finde ich dann noch schlimmer, wenn das Potenzial am Start ist. Wenn man früher eigentlich für einen Test gut gelernt hat, ne? Und man war richtig vorbereitet und dann stellt man fest, ja, Falsches Thema. Oder, oh, da war eine Rückseite, ne? So, ha, 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 diese Sachen. Ha, und das ist schade. Aber was soll's, Freunde? Man kann ja nicht immer nur gewinnen, ja? Man muss auch mal verlieren, man muss ja auch mal menschlich sein. Da gehören auch Niederlagen dazu, auch aus denen wollen wir lernen, habe ich ja letztens in einem schönen Schurkenpart so ein bisschen mal erzählt, ne? Wie wichtig es auch sein... Oh, ne, oh, boah! Junge, hä? Wie wichtig es sein kann, den Pellidon auch umzunatzen hier. Wie wichtig es sein kann, auch zu verlieren und aus diesen Niederlagen zu lernen. Gar nicht, mein Gewinn ist geil. Ich hätte auch dieses BG gern gewonnen. Wir hätten sogar gewinnen können, Mann! Ich glaube, das ist deutlich geworden, oder? Ich glaube, jeder Fight hat hier gezeigt, dass das Potenzial da war. Das BG muss jetzt zu Ende sein, sonst erzähle ich euch noch 20 Mal, wo hier überall Potenzial war, Leute. Weißt du, dann kann ich mir selber nicht mehr zuhören. Schade, wirklich sehr, sehr schade. Aber wir hatten ein paar geile Aktionen. Ja, und der Puschelfuchs hat zum Ende sogar angesagt. Guck mal, da war er einfach real. Ja, Freunde, ich hoffe, eure Runden sind ähnlich knapp, machen ähnlich viel Spaß, haben ähnlich viele schöne Momente, aber gehen dann zum Schluss vielleicht noch zu euren Gunsten aus. Ich glaube, das Wasserwerk, das kriegen wir jetzt leider nicht mehr. Da sind gerade alle noch mal im Schorkennebel abgetaucht und denken sich, ja, wir warten wie so ein Piranha-Schwarm auf die erste dumme Kuh, die sich reinstürzt bei uns. Aber ich bin es nicht, Freunde. Ich hüpfe durch die Wiesen, wie sagte ich im Todesritter-PVP-Part letztens so schön, glückliche Kuh. Ja, kurz mal die Ü-Striche vergessen, Leute. Passiert immer mal wieder, passiert den Besten, passiert den Schlechtesten, passiert den Todesrittern. Ey, und könnten die jetzt endlich mal ihre letzten fucking Punkte bekommen? Junge, wie lang lassen sie uns hier gerade leiden? Oder was für eine Scheißidee es war, noch mal den Leuchtturm zu holen? Ja, Freunde. Ich muss nichts mehr sagen, wir hatten eben genug Zeit, das BG noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Demon Hunter Fetzt, muss ich sagen, ist auch einer meiner aktiven Tank-Twings, den ich auch wirklich super gern als DD spiele, weil er sehr leicht ist in der Basis, ja, und sehr viel rausrotzen kann, also sehr belohnt. Es sei denn, man wird halt im Stunt gnadenlos niederpinöppelt, dann ist auch egal, was für geile Verderbnis du hast, ne. Scheiße gelaufen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Ciao.